und da kommt ein zombie mit der selber meine kameras karte ist wo kommen diese verfickten zombies eigentlich mal her wo die da unten ich habe uns ein bisschen lichtmaterial gebaut wir können die dunkle auflichten wir müssen heute was machen gute frage wir müssten uns eigentlich mal ein zaubertisch machen brauchen wir dafür zuckerrohr drei stück und der scheiß jeden wächst nicht ich habe gerade eine unserer enderperlen gewastet ich habe sie geworfen sie aus dem gehege rausgeflogen nein nein ich habe die die ende augen oder perlen ende augen ganz erwerfen dann fliegt zum nächsten portal und die ist halt durch die wand durchgeflogen jetzt ist sie weg wir müssten heute im finanziell aus 50 blöcken entfernung töten dann logisch 50 schienen fahren ein zaubertisch bauen oder das ende finden fragen wie finde ich das ende das ja wir müssen ins ende gehen ja doch ich glaube aber ohne verzauberung möchte eigentlich reingehen ist das problem not appell jetzt nutzen not apfel essen um das zu bekommen finde ich auch ein bisschen blödsinnig ne ja ja was schon wie du ja richtig wir wissen wir wollten ja redstone verkaufen aber irgendwie kauft den redstone ne anderswo wir können haben wir noch irgendwo gold oder sowas ins markt wir müssen mal einfach ein bisschen eisenfarmen geglaubt ich heute dass das prank farming folge weil wir ja auch rüstung brauchen irgendwann mal für den drachen oder gab es da oben noch was zu holen ich glaube ich habe acht rechte dann tauscht man noch mal vielleicht hat noch ein neues rezept für uns kollege tauscht man und tauscht er noch was ich jetzt auch noch was kaufen hast du oder einfach nur ja guck mal ein neues rezept freigefalt hat hinten so ein nicht was in sack ja dann lass mal heute irgendwie ein bisschen farm gehen wir brauchen ja noch rüstung oder sowas vielleicht mal so das zu fahren bisschen laufen bisschen strip meinen bisschen schnetzeln ich höre spinne ich höre zombie das was ich versuche ich werde versuchen und zwar dass er noch der insel zwar und schießt dann hoch naja frage ich nur wie willst du das genau treffen das erklären wir doch jetzt bitte mal ich sterbe gerade ich sterbe gerade ah nein ich habe richtig verkackt gerade unten da waren zu viele monster ich kam nicht mehr durch da war da war ende da war endstation in station hafenkante weißt du hallo warum explodiert der sack alter 20 meter von dem weg und der explodiert trotzdem noch und ich sterbe ich sterbe instant wieder alter ich bin er ist wieder gestorben was ist nein mann was ist das denn hier ist doch sonst mal so gut funktioniert ja sag mal hast du die spitzacke ja ok dann ist gut das ist gut kannst du mir die geben ja hat er die schüler damit gegenseitig abgeschossen beide getötet geil die schuländer die diamanten das diamant das sollte anders läm merald er abt er er in der sky iran die island die die l Ich muss den Enderman hütten. Ich hab ja voll aufgewartet, dass da jetzt die Attack-Anzeige kommt, die dir zeigt, wie viele Leben das Vieh noch hat. Diese Mod-Packs, die du immer hast. Ich auch gleich. Ich hab's getötet. Also, man sieht schon, der Trash-Gehalt der Folge ist heute sehr hoch. Willst du mal kurz? Danke. Ich hab' getötet. Ich hab' von rausgetanzt. Wollen wir tauschen, pass auf, du bekommst... Ey, nicht 2 bis jetzt, Alter. Du kriegst... Ey, ich hör auf, ich sterbe jetzt echt. Geh weg. Was brauchst du noch? Hier am Bogen, willst du Pfeile haben? Soll ich mal was cooles machen? Willst du auch ein Schwert haben? Bitteschön. Du könntest machen, was du gemacht hast. Schwert, Bogen. Hier, kriegst du die Hälfte. Danke. Danke. Sehr viel Dank. Den Rest, den ich da oben, der ist nicht für mich. Sehr viel Dank. Ich hab noch mal 4 Eisen gesehen. Ich sterbe auf dem Weg nach oben, weil da jemand Skeletten ist. Boah, Alter. Naja, das ist ja in der Wand. Kommt nicht eigentlich dran. Was? Das kriegst du hier nicht. Ach, ich hab Eisenerze. Ich hab echt doof. Geil. Letztlich, ich sammle Eisen erst, um da hinzubauen. Profi! Ähm, so. Ich muss sagen, heute halten wir uns noch mal die 10 Minuten, weil... uns beiden die Zeit unter den Füßen wegbrennt. Ist ein bisschen heiß hier. In dem Fall würde ich ja gerne fragen, kann man hier tauchen, aber... Leute, Deutsch ist ein Scheißfach. Habe ich jetzt die Knochen bei dir unten gelassen? Gib dein Like, wenn ihr dem zustimmt. Like. Gib ein Like, wenn ihr dem nicht zustimmt. Hast du die Knochen dabei? Hast du Knochen dabei? Ja, du hast mir 7 gegeben. Ja, hau mal ja, hau mal ja, schnell. Auf! Mein Mausrad ist immer noch kaputt. Danke, Dennis. Ich dachte, jetzt kommt Gankai Blali. Warum? Hast du das nie mitbekommen? Ne. Och, da ist mal wieder... Irgendwer auf YouTube eskaliert. Und da hat irgendwer miteskaliert. Und dann... musst du irgendwie seinen Dünnschiss rauslassen. Ich weiß nicht, Ai Blali hat ja irgend so einen YouTuber gedisst. Und jetzt hat der von irgendwelchen Hatern auf die Fresse bekommen. Und macht dafür jetzt Ai Blali verantwortlich. Und dann kam in den Trends plötzlich der Hashtag Danke dafür Ai Blali. Ja. Naja. Der Hype-Zug fährt halt wieder mal mit voller Geschwindigkeit. Man kennt es. Weil diese ganze Niese ist, mann. Mhm. Der war so schlecht. Ich bin enttäuscht von mir. Oha. So. The Diamonds are going rasend Oh, jo. Ah, warte, warte, warte. Nicht abbauen, nicht abbauen. Bau die nicht ab. Ja, warte willst du denn? Ah ne, wir haben auch gar keinen Amboss ne? Weil wir haben auch so einen Looting-Boo. Wir könnten dann auch mehr rausholen. Ja, dann. Ja, aber wir haben keinen Amboss. Das ist das Problem. Also mach weiter. Weitermachen. Nö, dann nicht. Ja doch. Ja, nee. Ja, nee, 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 hast recht. Mach nicht, nee. Sag mal, wusstest du das hier eine Kiste ist? Wo? Hier in der Insel. Ist die leer? Nee. Das sind Goldnuggets und ein Buch mit Luck of the Sea. Ach du bist doch da oben gelaufen? Ja, auf der Insel. Ach so, ich dachte, besonders. Na gut. Bild, wie viele Dieder sind hier? Was für was für Buch ist da drin? Sag nochmal. Luck of the Sea. Also... Bring mit, bring mit, bring mit. Da können wir mit mehr Glück haben, was Gutes angeln. Hier, flieg drunter. wohin er lasst ihn mal noch stehen das machen am besten in der nächsten oder so machen wir glück haben also nicht mal ist da oben wir bräuchten eigentlich mal ein bisschen viel eisen ist hier viel eisen kohle dios lapis und emeralds emeralds schmarrack gib mir den schönes schmarrack grüße produktiv folge was machen wir jetzt ich friss karotte am nam 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 karotte gesund sein nein ich habe fast man dort bewohner verprügelt wir können es enderpern kaufen wenn er drücken bei dem kann kaufen mach auch immer nicht jetzt richtig für uns der ist es ist ein bisschen gut bei dem ja problem ist wir brauchen irgendetwas tauschen wir haben wir haben jetzt sage und schreibe halte ich fest für weisen für den ambos brauchst du neun plus neun plus neun plus vier drei blöcke und vier warum hoch zwei ich hab's in der kiste gelegt ist darin können sie dir ja ich hab gefunden können wir bruder können wir dieses wiedersehen die ganze zeit er ist schon draußen wartet noch auf mich ich brauche dann sind zwei kinder und die der war schon ich hab sie angesehen hatte gar keinen bock mehr auf die er am liebsten schlagen die ganze zeit die ganze zeit ich bin raus kommen wir haben da immer noch zehn minuten gewartet die haben fünf minuten durchgängig werden die bruder ja plus 15 minuten die er ist noch zu mir gekommen so können die wohl also ich würde sagen wir sind jetzt schon zwölf minuten ja gönn dir gönn euch leute gönnt euch leute gönnt es euch leute gönnt euch bruder bist du gerade irgendwo in der hülle gewesen äh ja gönn dir bruder ich hab dich glaube ich gehört äh er gönnt mir gleich bruder gönnst du dir gerade volle ladung tnt in Form eines creepers hier war keiner und jetzt sind hier plötzlich drei tja mit dieser wunderschönen aussicht ja sehr produktiv folge mal wieder man ist es nicht anders gewöhnt wir werden rasieren ja wir werden rasieren ich werde mich ich werde mich live vor der Kamera rasieren nein, werde ich was? 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 okay ja, danke fürs zusehen gerne da lassen abonnieren teilen in die Trends bringen ApoRed unter die Nase reiben zwei Kinder, die nichts machen in einer Folge sind cool als du nicht so ja also schön bei ApoRed unter unten in die Kommentare beim letzten Video posten also den Link zum wieder posten und ja das war's ja dankeschön und wir sind raus tschüss